Hörst du das Ticken? Hallo, du bist Lois, nehme ich an. Du wirst sehen, hier ist alles ziemlich anders. Das Haus ist ein überaus altes Gebäude. Da ist eine Uhr in den Wänden. Hörst du das Ticken? Wir wissen nicht, welchen Zweck sie erfüllt, nur... ...dass er grauenvoll ist. Also, du hast Lois alles erzählt? Hm, nicht alles. Schau dich ruhig um, ist völlig ungefährlich. Ist das ungefährlich? Solange man es füttert? Das ist die erste. Ja, das ist das. Du hast die Leidenschaft nicht gewonnen. Ich bin der sie immer noch. dwarfen. Untertitelung des ZDF, 2020